Eine Frau hat 25 Schwindelanfälle am Tag. Ein Kind braucht eine neue Leber. Ein Mann hat eine Zeitbombe im Kopf. Ein rätselhafter Patient oder eine rätselhafte Patientin, das sind wahre Geschichten von Menschen, die plötzlich seltsame Symptome haben. Ich bin Heike Lecker, Ärztin und Redakteurin beim Spiegel. Ich bin Sibylle Voss und mich interessieren die Hintergründe. Wir sprechen über die rätselhaftesten Fälle, über das Leben mit Krankheit und über die spannende Spurensuche hin zur rettenden Diagnose und Therapie.